so herzlich willkommen zu diesem neuen youtube video jetzt habe ich ja schon eine weile nichts mehr gepostet aber youtube ist eben nicht mein hauptberuf ich mache hauptberuflich werbefilme für kunden oder kurzfilme für mich selber genau ich hatte aber eine frage bei einem video und zwar wollte jemand wissen was denn die perfekten einstellungen bei der pocket 4k beim filmen als auch in der postproduktion sind genau und das schauen wir uns jetzt in diesem video an als erstes müssen wir uns noch mal kurz fragen ist denn die pocket 4k noch eine gute kamera jetzt im jahr 2023 und ich habe letztes jahr glaube ich da auch im blog artikel zu geschrieben und der blog artikel gilt einfach immer noch immer noch eine hervorragende kamera kann sie 6k nein kann sie 8k natürlich nicht braucht man es nein es gibt ganz bestimmte einsatzzwecke für was man es braucht ich denke die pocket 4k grad wenn ihr anfangt mit filmen oder so immer noch eine hervorragende kamera und ihr bekommt sie in der regel neu für ich glaube 1200 euro dann ist davinci resolve schon dabei gebraucht gibt es schon unter 1000 euro dann meistens aber ohne resolve ja ich denke man kann fast nichts falsch machen holt euch vielleicht dann direkt einen speed booster das macht teilweise ein bisschen einfacher bei den optiken klar es gibt auch sehr gute mft optiken gerade die meike sinne linsen oder sowas aber wenn jetzt auf ef zum beispiel schon optiken habt oder so dann bringt euch auf jeden fall so ein speed booster etwas und ich habe festgestellt gerade so was so ein bisschen ja low light sachen low light ist der falsche begriff aber ja wenn man bisschen also wenn man diesen zusätzlichen stopp noch braucht also diese zusätzliche blende das hilft dann auf jeden fall der sensor von der 4k der microsoft ist deutlich kleiner als jetzt super 35 oder vollformat und ja dieser speed booster hilft einem auf jeden fall noch etwas mit der zusätzlichen belichtung so als erstes möchte ich mich mit dem begriff perfekte kameraeinstellungen befassen das ist wie perfekte kamera das gibt es einfach nicht es gibt nicht die perfekten einstellungen für eine kamera genauso wenig wie dass es eine perfekte kamera gibt es gibt immer die perfekte kamera für eure einsatzzwecke für euch oder die allround kamera für euch und so ist es mit den einstellungen auch es gibt so ein paar kniffe die bei mir immer gleich sind aber ich habe nicht die perfekte kameraeinstellung also man kann nicht sagen okay dreht immer mit iso 400 belichtungszeit 50 weiß abgleich immer 5500 das gibt es einfach nicht ihr müsst euch auf die jeweilige situation die ihr gerade habt immer anpassen und gefangen wir mit so einer situation an die wir hier haben so eine statement situation hier dieses fenster im hintergrund ist natürlich schwierig für die kamera man muss natürlich gucken dass man diese bildinformationen behält und ich bin nicht jetzt im moment eben eher auf das fenster ich gucke halt dass beim fenster dann mir nicht alles ausbrennt ich musste natürlich gegensteuern hier mit einem licht mein key light wenn ich das key light ausmache dann ist natürlich dunkel im vordergrund jetzt wenn ich jetzt natürlich wieder auf mich belichten würde dann brennt mir hinten der hintergrund aus und das ist das größte problem eigentlich was man immer hat man muss eben versuchen den kamera umfang den die kamera hat bestmöglichst auszunutzen und da können euch jetzt kameras mit mehr dynamik umfang das leben einfacher machen etwas aber es wird nicht das licht ersetzen also grundlegend kann man eben sagen ihr müsst versuchen den sensor so optimal wie es geht zu belichten und zwar alle bereiche nicht nur jetzt die highlights wie hinten im fenster sondern eben auch die schatten oder die was ihr nieder im niedrigen helligkeitsbereich liegt wie jetzt hier vorne mein poli oder sowas jetzt gibt es natürlich möglichkeiten als erstes schauen wir uns jetzt mal kurz bei der pocket die unterschiedlichen aufnahmeformate an wir haben eben auf der einen seite ein raw format blackmagic raw und auf der anderen seite ein sehr hochwertiges videoformat progress und in den jeweiligen formaten unterschiedliche qualitätsabstufungen hier müsst ihr euch wieder entscheiden okay was wollt ihr wie viel speicherplatz wollt ihr bei den pocket kameras ist ja wirklich so dass die höheren komprimierungen also jetzt 8 zu 1 12 zu 1 oder q3 oder q5 ähnlich sind wie die prores komprimierungen 422 oder lt da könnt ihr euch auch im internet die unterschiedlichen bitrate anschauen dann wisst ihr das genauer also in der regel macht es wirklich sinn bei den pocket kameras in magic raw aufzunehmen weil ihr dann einfach die vorteile von dem raw format habt heißt ihr könnt den weißabgleich im nachhinein einstellen und ihr könnt die iso in dem jeweiligen iso bereich einstellen das können wir uns dann gleich nochmal bei der iso anschauen und ihr habt dann eben auch noch die möglichkeit in resolve der highlight recovery heißt wenn ein teil der highlights also ein kanal zum beispiel der rote kanal klippt bei bestimmten highlights dann kann die software das auch wieder zurückholen indem es halt die anderen kanäle anschaut und eben den roten kanal kanal dann wieder berechnet das funktioniert teilweise sehr gut teilweise aber auch überhaupt nicht also ich würde mich nicht hundertprozentig nur wenn man jetzt in raw aufnimmt drauf verlassen die highlights kann ich ausbrennen lassen so funktioniert das nicht also gucken dass die highlights nicht ausbrennen ich nehme mein material ich würde sagen zu 80 prozent in black magic raw auf also gerade die ganzen werbefilme produktfilme oder sowas weil ich einfach diese flexibilität haben will es kann sein dass ich aber auch auf prores um switche wie hier zum beispiel hier nehme ich ein prores in full hd auf möchte aber den vollen sensor nutzen wenn man in raw aufnimmt und dann auf full hd switch dann ist raw eben einfach so dass man anspringt mit dem sensor also man cropped den sensor so ist einfach raw so als nächstes muss man dann eben festlegen mit welchem bildprofil man mit der pocket 4k aufnehmen will die hat eben das filmbildprofil video und extended video bei video und extended video hat die kamera intern schon ein eine kontrast kurve eine lat dass die auf die das material gelegt wird und man hat da schon mehr kontrast man muss dann deutlich genauer mit der belichtung sein die meisten möglichkeiten hat man eben im filmprofil das ist ein sehr flaches profil man muss hier aber unbedingt farbkorrektur in der post machen bei den anderen profilen muss man es nicht unbedingt ich nehme zu 99 prozent im filmprofil auf ich möchte nicht 100 sagen weil es gibt wirklich ganz seltenen moment wo ich dann wirklich mal also gerade wenn ich für jemand anderen irgendwas gedreht habe dass er gesagt hat nee ich möchte keine farbkorrektur dass ich dann wirklich in den in das video profil oder extended video gehe aber meine sachen zu also meine eigenen sachen zu 100 prozent auf dem filmprofil und das würde ich euch auch empfehlen so und damit das filmprofil eben nicht ganz so schlimm auf dem monitor aussieht würde ich mir dann auch die lat auf dem display von der pocket oder wenn ihr ein externes display dran habt auf das display ausspielen weil dann seht ihr schon wie das reale bild eher aussieht es gibt teilweise leute die schauen sich nur das log an ich bin einfach nicht so ich habe gerne ja die ganz normale reg 7 online lat drauf und schaue mir einfach das bild so an im hintergrund des raw wird ja dann sowieso mit dem filmprofil aufgezeichnet belichtungszeit bei der belichtungszeit bin ich jemand ich arbeite mit dem belichtungswinkel da gibt es ja diese 180 grad shutter regel ich habe da auch einen blog post schon drüber geschrieben verlinke ich auch in der beschreibung ich würde sagen 99 von meinem material verwende ich auch wieder den belichtungswinkel bei der belichtungszeit vorteil bei der arbeit mit dem 180 grad shutter ist das eben die belichtungszeit und dadurch die bewegungsunschärfe konstant bleibt egal welche bildrate ihr verwendet also mit 25p habt ihr dann 180 grad shutter und bei 50p 180 grad shutter habt ihr dann automatisch eben dieses hundertstel bewegungsunschärfe bleibt gleich noch ein kleiner tipp ich mache es dann oft auch so man kann immer mit einem 0 3er nd zum beispiel indoor arbeiten und 0 3 ist ja eben eine blende sobald man dann auf 50p switcht verliert man ja die blende weil man ja von einem 50 auf 100 geht dann zieht man einfach den 0 3er nd und hat auch die belichtung wieder gleich gehalten so jetzt kommen wir zum größten thema bei der pocket 4k die iso die pocket 4k ist ja eine dual iso kamera also wir haben zwei iso bereiche einmal von 100 bis 1000 und dann eben von 1250 bis 6400 und ab 6400 8000 und die höheren sind dann noch mal einzelne iso bereiche wo die dynamik der kamera sehr sehr abnimmt im unteren bereich sind wir circa bei 13 stops im low light iso bereich bei ab 12 50 sind wir dann ungefähr bei 12 stops es gibt eine tabelle bei black magic auf der webseite ich werde hier auch noch mal kurz einblenden da könnt ihr euch den dynamik umfang und auch wie die dynamik verteilt wird der kamera genau anschauen das ist nämlich der wichtigste teil bei der arbeit mit der pocket kamera die iso folgt eben dem exposure index ei und funktioniert deswegen ein bisschen anders wie man oft gewohnt ist wenn man jetzt nicht mit einer cinema kamera arbeitet bedeutet bedeutet bei der pocket 4k wird die dynamik je nach iso unterschiedlich auf dem sensor verteilt je niedriger die iso ist desto mehr stops hat man in den schatten bereichen man verliert dann stops in den highlights je höher die iso ist desto mehr stops bekommt man in den highlights wenn man so in dem mittelfeld ist 400 600 wird ungefähr gleich verteilt deswegen habe ich jetzt auch bei diesem szenario hier eine iso von 800 weil ich habe hier relativ helle bildbereiche und hier möchte ich vielleicht eher die informationen in den highlights behalten und steuere dann hier eben mit der zusätzlichen belichtung von den schatten nach bei der iso gilt aber dann trotzdem weiterhin je höher die iso ist desto mehr rauschen habt ihr ihr habt aber trotzdem mehr stops mehr blenden in den highlights jetzt kommt ein bisschen darauf an was ihr haben wollt wollt ihr ein rauschärmeres bild müsst aber dann aufpassen auf die highlights oder wollt ihr mehr bildinformationen in den highlights erhalten also einfacher und nehmt dafür das rauschen in kauf ich muss sagen ich bewege mich da meistens im bereich 400 und 800 bei 800 weiß ich wenn es rauschen mich zu sehr stört was es mich in der regel nicht tut weil ich das rauschen von der pocket 4k eigentlich ganz angenehm finde dann kann man es trotzdem reduzieren über resolve da gibt es ja die noise reduction und hier mache ich meistens aber auch nur das chroma rauschen raus damit ich so dieses dieses luma rauschen so ein bisschen noch bei behalten das finde ich eigentlich immer ganz angenehm wenn ihr natürlich ganz kleines footage haben wollt dann müsst ihr mit der iso ein bisschen runter gehen also dann eben 640 oder 400 und gucken aber trotzdem dass euch die die highlights nicht ausbrennen so schauen wir uns noch mal schnell den iso chart an diese verschiebung von dem dynamikumfang gilt natürlich in beiden bereichen also von 100 bis 1000 und von 1250 bis 6400 der interessanteste bereich ist meiner meinung nach der sprung von 1000 auf 1250 hier muss man nämlich aufpassen bei ISO 1000 ist es ja so dass man 6,8 stops in den highlights hat und 6,3 in den schatten wenn man jetzt auf 1250 springt dreht sich das verhältnis sehr um dann hat man nur noch 3,8 stops in den highlights und 8,5 stops in den schatten jetzt gibt es da bei black magic in der bedienungsanleitung eben den tipp wenn man mit iso 1000 dreht und ein cleaneres bild haben will dann sollte man eben auf 1250 umschalten ich würde das nicht generell empfehlen also klar man bekommt ein cleaneres bild die isos ab 1250 bis 6400 haben eine andere ja eine interne noise reduction oder sowas und das bild wird dadurch rauschärmer aber man dreht eben den dynamikumfang um heißt highlights die bei iso 1000 nicht geklippt haben klippen jetzt bei 1250 da muss man dann aufpassen dass man ja nach korrigiert mit der blende oder mit einem nd filter so kurz noch zur belichtung jetzt kommt es darauf an wie ihr die kamera eben belichten wollt das kann ich euch auch nicht wirklich sagen manche mögen eben ihre haut töne bei 50 ire manche mögen es bei 40 ganz unterschied das müsst ihr einfach selber für euch testen und dann eben aber auch mit dem false color arbeiten die pocket hat ja diese möglichkeit den false color eben einzublenden schaut euch den false color an es zeigt ja dann nebendran im display so die ire werte und ja dann müsst ihr einfach gucken was euch gefällt wo ihr die sachen haben wollt okay und wenn ihr dann zum beispiel wisst ich habe jetzt hier diesen hintergrund möchte den so belichten dass mir die highlights nicht ausbrennen und zusätzlich möchte ich aber die haut töne bei einem bestimmten wert haben dann wisst ihr wie viel licht ihr von vorne dazu geben müsst so wenn ich jetzt hier vorne zum beispiel mein key light ausmache dann ist mein gesicht nicht mehr so stark beleuchtet also heißt die haut töne gehen weiter runter auf dem wert ich kann euch jetzt nicht sagen ob das jetzt besser oder schlechter ist ich würde sagen es ist unterbelichtet für meine einsatzzwecke wenn ich jetzt werblich arbeite wenn es jetzt szenisch ist könnte es wieder passen weil ich keine ahnung irgendwie die person mystischer erscheinen lassen wird irgendwas aber in der regel ich würde es mal sagen zu 90 prozent brauche ich ja trotzdem das licht hier natürlich ist die frage mit welcher belichtung ich drehe jetzt hier gerade ein bisschen runter jetzt läuft die lampe zum beispiel auf vier prozent mein meine haut töne haben ungefähr die belichtung jetzt fahr ich mal kurz hoch genau das sind jetzt eben 100 prozent ja jetzt hat mein gesicht eben diese belichtung hier was jetzt richtig oder falsch ist das kann euch niemand sagen die kamera kann es euch auch nicht sagen black magic empfiehlt zwar einen bestimmten wert für haut töne wird dann auch im vorsteller es glaubt das pink angezeigt aber das ist nur ein richtwert wie gesagt manche mögen das ist dass das gesicht vielleicht eher hier liegt manche mögen vielleicht doch nochmal weniger also das ist wirklich das müsst ihr selber für euch herausfinden das kann euch niemand sagen so noch ein paar tipps zum kennenlernen der kamera das einfachste ist so wirklich schaut euch die bedienungsanleitung an gerade von der pocket black magic hat da wirklich sehr sehr viele nützliche informationen in der bedienungsanleitung also da stehen solche sachen wie hauttöne 18 prozent grau das korrespondiert dann auch von false color in pink da stehen aber auch solche sachen drin wie einen individuellen schatter wählen also wenn man ganz genau nennen bei der belichtungszeit mit ganz genauen schatter einstellen will oder bei dem belichtungswinkel 171 grad oder so also schaut euch einfach die bedienungsanleitung an und die menüs der kamera also nehmt einfach mal die kamera in die hand und klickt euch durch jedes menü schaut euch jede einstellung an was macht jede einstellung bei der pocket ist es ja wirklich easy es ist wirklich ja wie ein wie ein touchscreen von einem iphone das ist so einfach und das ist auch so das angenehme an den pocket kameras die sind so einfach zu bedienen man hat gar nicht so viel unter menüs und so viel unter einstellungsmöglichkeiten wie jetzt bei einer bei einer sony oder bei einer canon wo man ja dann bei den bildprofilen auch was weiß ich was irgendwie alles einstellen kann noch das ist so angenehm bei den pockets einfach durchklicken schauen was passiert dann nehmt material auf schaut euch in davinci an was passiert mit dem material wenn wir wenn ihr auch ja wenn ihr nennt 4k black magic raw mit 12 zu 1 aufnehmen oder mit 3 zu 1 schaut euch einfach an so im abschnitt zu post zur kamera gehen wir direkt in resolve und schauen uns einfach an welche einstellungen man für die kamera machen kann hier gibt es auch wieder nicht die perfekten kamera einstellungen es sind einfach unterschiedliche workflows so ich bin jetzt hier in resolve mit schauen uns einfach kurz so ein paar grundlegende kamera einstellungen für die black magic pocket kameras an so als erstes gehen wir hier in die project settings was diese ganzen punkte hier ausmachen und wo es wo man was wie wo einstellen kann gibt es auch in meinem kostenlosen davinci resolve kurs jetzt gibt es unterschiedliche herangehensweisen bei dem material der pocket so zum einen könnte man jetzt hier bei color management wenn man nicht mit einer lat bei jedem clip arbeiten will in den color managed workflow gehen und daneben festlegen jetzt hat man hier schon gesehen dass das material sofort korrigiert wird auf und er wandelt jetzt automatisch das material schon in rex 709 um als output lud man könnte natürlich auch sagen so und black magic erkennt natürlich sein material von den pocket kameras durch die metadaten es funktioniert aber auch mit anderen dazu aber mehr in meinem kurs von davinci jetzt gehen wir mal wieder zurück in die normale also ohne jetzt haben wir hier ja wieder ein log profil jetzt könnte man natürlich sich auch hier input oder output lud laden ich würde euch generell empfehlen eine output lud weil die lud dann nehmen wir hier die nehmen wir eine von black magic für die kamera vielleicht gen5 weil wir eben ja auch auf der gen5 color science sind so output ok jetzt sieht das ja auch schon wieder gut aus und wenn wir jetzt hier unsere ganzen anpassungen eben machen also ich mache zum beispiel keine ahnung highlights mehr hoch ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen das material so zu bearbeiten so aber wir sehen ja wie viele möglichkeiten wir schon grob haben weil wir eben hier mit einer output lud arbeiten also an sich nimmt resolve jetzt das rohmaterial in diesem ganz flachen profil macht diese anpassungen hier die wird auf diese note gemacht haben und legt dann erst danach diese output lud drauf wir können natürlich auch sagen wir wollen hier eine output lud machen ich die black magic design gen5 video so jetzt legt ihr diese output lud drauf und jetzt könnte man die ganzen farbanpassungen vor der lud machen würde ich euch auch empfehlen weil ihr dann vor der lud eben mit dem kompletten blog profil arbeitet so jetzt gibt es natürlich noch mal eine möglichkeit das material wieder in einen richtigen look zu bringen das ist eben über den color space transform man könnte jetzt eben sagen input color space ist dann eben black magic video gen5 input gamma ist auch gen5 und output ist dann eben und hier auch wieder so natürlich kann man auch mit seinem color space transform arbeiten und jetzt hier auch wieder die ganzen anpassungen davor machen ich mache das noch mal kurz rückgängig ich arbeite wenn ich mit dem pocket 4 kamer material arbeite in der regel in diesem color mensch workflow oder mit einer output blatt also der vorteil ist eben der vorteil ist eben dass das material schon gut aussieht und man jetzt keine auf jeden 1 auf jeden clip einzeln lad legen muss so jetzt sehen wir hier zum beispiel auch mal kurz was passiert hier sind highlights geklippt dass ich hier wurde auch mit iso mit dem low light iso bereich aufgezeichnet da bin ich mir auch nicht 100 prozent sicher warum weil also hier eine tageslicht szene hier hätte ich jetzt eher auch mit 800 gedreht klar es wird dann hier es wird dann innen drin mehr rauschen aber das kriegt man meiner meinung nach besser weg ich weiß nicht ganz genau warum man hier jetzt auf 1250 gegangen ist problem ist nämlich jetzt bei den 1250 wir können nicht in den unteren iso bereich also wenn man einfach mit dem oberen gedreht hat man bleibt in diesem low light iso bereich und wir gucken jetzt auch einfach mal was passiert wenn ich die highlight recovery an macht was er jetzt retten kann so man sieht hier wenn man auch hier in dem waveform schaut hier sieht man ja auch die geklippten highlights was passiert er also er fügt die nach oben hinzu also er berechnet jetzt diese werte und jetzt können wir mal gucken wenn wir hier in den lockwills sind bei highlights was denn passiert so wir sehen also hier ist ohne und dann mit wir sehen wir können auf jeden fall ein paar bildinformationen zurückholen die jetzt ansonsten weg wären aber man sieht auch ganz gut dass jetzt also das war beim dreh auch schon geklippt wahrscheinlich auch auf dem forest color in rot das bekommt man nicht mehr zurück da kann man jetzt noch so weit die highlights runterfahren sieht ja auch hier das bleibt weg und dann hat man diesen typischen effekt bei eben geklippten highlights dass die dann ja grau werden das ist dann ja nicht so schön aber wir können natürlich jetzt kommt darauf an wo man eben die highlights haben will ok und dann können wir sie wieder gucken ob wir ein bisschen kontrast anpassen man sieht auch jetzt gerade dass das t-shirt von der frau relativ stark gesättigt wird jetzt plötzlich weil wir haben jetzt müssen wir den kontrast erhöht jetzt könnte man natürlich sagen wir wollen ein weiterer vorteil von roh natürlich wenn wir hier in dem ort ab sind wir mit temperatur von 5000 beim weißabgleich wir können natürlich hier sagen wir wollen jetzt immer auf 3200 wird natürlich alles blau weil da natürlich tageslicht drin ist oder wir gehen auf 6500 dann wird es etwas wärmer vielleicht etwas angenehmer was man natürlich auch sieht so ganz typisch finde ich jetzt bei den pocket kameras immer so ein bisschen dieser grün stich gibt auch wieder hier unterschiedliche methoden wie man den weg macht ich mache es meistens hier mit so einem ja mit so einer kontrast kurve wähle dann das grün und zieht das so ein bisschen raus geht natürlich auch über hier die wheels oder die bars ich weiß auch nicht ich habe mir das irgendwie so und ich mache das im offenen extra note eigentlich so genau jetzt haben wir mal hier mal kurz angeschaut das ist natürlich hier haben wir mal ein clip mit moment wo war die sonne wo war die sonne leert aber man sieht hier auf dem auf den scopes dass hier nichts klippt was eigentlich ganz cooles genau und jetzt kann man von hier aus natürlich dann auch wieder nachjustieren kann gucken ist es ein zu grün dann kann man hier mit dem tint eben bei rock schön nachjustieren wir gehen mal noch mal kurz in den anderen workflow jetzt haben wir hier wieder ein blog profil es gibt natürlich auch leute die von hier aus ein korrekt belichteteres bild zu bekommen heißt man muss dann kontrast hinzufügen sättigung hinzufügen also das ist jetzt natürlich keine 100 prozent korrekte methode aber geht natürlich auch so vielleicht hier noch gucken was er hier gemacht hat vielleicht gehen wir hier auf 800 hier sonne wird auf jeden fall geklippt sein wir können mal kurz gucken was er genau erholt mir einfach noch mal ein bisschen mehr die highlights zurück können hier auch noch mal kurz eine ich halte jetzt auch übrigens alt gedrückt während ich die lott auswähle dann kriegt man noch so eine vorschau ich mache jetzt hier extended genau jetzt können wir auch mal noch mal kurz gucken also im log finde ich sieht sehr unnatürlich aus hier mit diesen geklippten highlights aber jetzt irgendwie wenn ich dann das korrekt die korrekte look wieder drauf habe dann sieht es gar nicht mehr so schlimm aus dann kann man natürlich gucken was jetzt die highlight recovery noch macht sehen hier dass man so man sieht dass hier noch mal etwas mehr zeichnung hinzu kommt was eigentlich hier dann auch wieder angenehm aussieht so jetzt könnte man natürlich wieder überlegen die highlights die sind jetzt natürlich hier wer oben auf den scopes bei 1023 ich mag das persönlich nicht so ich habe die immer ein bisschen ja nicht ganz so ja es kommt immer darauf an ich hätte sie jetzt wahrscheinlich schon teilweise anders belichtet überhaupt die highlights vielleicht minimal dunkle und dafür dann die die shadows ein bisschen mehr rausgezogen können ja auch mal white balance geht natürlich auch manchmal mag ich auch mehr die white balance über den note zu steuern als hier über den ort habe weil man einfach dieses vorher nachher besser sich anschauen kann genau hier haben wir das log bild und so könnte jetzt ein fertiges bild aussehen so ich hoffe das video hat euch jetzt weiter geholfen bei den perfekten einstellungen für die pocket 4k wie man jetzt hier auch wieder sieht die sonne ist jetzt auch wieder weg und macht hier auch wieder meine komplette belichtung kaputt eigentlich müsste ich jetzt hier wieder mit dem key light ein bisschen nachsteuern das wieder ein bisschen dunkler machen weil es jetzt irgendwie sehr beleuchtet aussieht finde ich aber das ist ein anderes thema genau also wenn ihr noch weitere fragen habt zu pocket 4k könnt ihr gerne bei mir auf dem blog vorbeischauen ich habe da sehr sehr viele artikel zur pocket 4k und eben auch noch in meinem kostenlosen davinci resolve kurs und sonst einfach hier fragen in die kommentare und dann würde ich sagen bis zum nächsten video ich werde jetzt ein bisschen mehr auf das ob du die kommentare und dann würde ich gerne mal sehen ich habe ganz viel Zeit und dann die bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.